Ach du Scheiße Levi, was ist denn los? Wenn du es hören könntest gerade. Levi! Wann los? Wir sind dabei nicht hier. Ja, wir müssen dann. Hast du gemacht? Komm her. Setz dich mal rein und mach mal den Motor an. Hast du die jetzt auf 5 hoch gemacht? Ja, tatsache. Mach mal an das Ding. Gib mal Gas. Boah, was ist ein Digger Mars? Muss sagen. Ja, das klingt ja geistlos. Das klingt ja echt geistlos. Das brummt richtig. Ach, das geht richtig. Habt noch. Er hat uns perfekt gefasst wirklich. Oh. Oh. Hey. So, Nick. Dominic? Du? Ich auch schon. Oh nein. Ich hab den mal richtig aufs Gas-Petal gedrückt, Junge. Ich glaube, wir müssen ihn von der Power-Mapel drunter nehmen. Ich glaube, wenn er so auf dem Max ist, wird er verdrückt. Guck, Digga. Ich kann mir bestimmt ein Wheelie machen, wenn ich Bock hätte. Wannst du? Wenn ich richtig aufs Gas drücke, warte mal. Gib Gott. Ah, okay. Digga, das Ding geht aber ab. Nee! Ja, auf jeden Fall jetzt macht Stanks. Jungs, geht doch hoch, oder? Nee, Junge, macht halt wirklich, Alter, ist krank. Bitte ne. Heiße, scheiße, scheiße. Das Ding wird so vorne in die Federung reindrücken. Ja, pfff. Das hat ja richtig viel gebracht, Dome. Also, das hat sich ja richtig gelohnt. Oh, nee, wo ist denn hier am Tarnboden? Kann nur Digga. Oh, nee. 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 Das kann man Game erzählen. Also, das kann man ja auch finden.